Reden wir auch mal mit ihm. Hallo. Hallo. Hallo, Jungs. Allein. Warte. Bleib da stehen. Ein, zwei. Du bist anders als die anderen. Oh, alles gut. Wer bist du? Wo kommst du her? Ähm. Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Komm auf den Turm. Du warst lange Zeit eingesperrt. Irrbar. Dein Wies, der ist die Entwürste, das Schwanz, der sich nur mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht zufrieden. Halte durch, Edna. Die Tage deiner Frauen sind Witzel. Komm doch in die Römer. Ja, was würde ich zu dir empfinden? Ähm. Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde. Oh Gott, der Bein. Okay. Ähm. Was kann man noch machen zu da? Geil, warum bist du angezogen? Achso, so. Oh mein Gott, ist das krank, wenn es fängt gerade an zu regnen, oh mein Gott. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Ich weiß nicht, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Wer wohnt denn da in Kissenburg? Ähm, was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu können, hat er ganz alt aufgestellt. Der Blitz, den und plötzlich hatte erhielt die Verpflichtungen. Ich weiß noch nicht genau, wie man es hier in den Kopf soll. Zur Auswahl stehen, psychokinetische Leitfähigkeit durch Probeinwirkung, elektro-statische Erweiterung, starkstrom-generierte Verkommission oder das glücklichstens immer mit dem Dummeln. Was sind das für Fähigkeiten? Ich weiß noch nicht, wie man es hier in den Kopf soll. Ich weiß noch nicht, wie man es hier in den Kopf soll. Und kommt auf die Beine, wenn die Biss mache beim Teil war. Ja, aber rüber hinaus. Auch bei Scrabble. Auf Scrabble. Ähm, warum nennt man, äh, nennt ihr ihn König? Ähm, das war der Einsatz bei einer Partie. Wir waren so aktiv, dass wir dachten, wir könnten nicht schlafen. Oh Gott. Der ist aber nett. Wer ist Petra? Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Ich bin so ein bisschen zu schlagen. Ich bin so ein bisschen zu schlagen. Ach, äh, äh. Nein, nein. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest vielleicht sie bekannst. Aber sie werden jetzt beweisen. Sag schon, sag schon, sag schon. Ach, komm, genau. Ach, komm, genau. Ach, komm, genau. Wenn du mein Bestes, dann können wir nicht die Sündenreiter gehen. Ähm, ich hab mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Ich hab mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Okay, aber ich hab jetzt noch nicht. Sprechen wir aber über was anderes. Ähm, kennst du ja den Weg hier aus? Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Ach Gott, der hat einen Raffel. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widersteht mir ja das Konzept des weltlichen Besitzes. Ich, ähm, hoff, einfach nicht. Zum einen, weil er meine Anzelle im Gefäbter ist. Zum anderen habe ich ihm die Anzelle zur Vielfalt dabei. Ein Anzelle im Gefäbter. Ach so, hat er ja grad eben schon mal erzählt. So, ähm, ich muss langsam mal weiter. Pass auf deine Kamera auf. Okay, ähm. Ich würd mal sagen, ich guck jetzt noch mal. Ähm, Lampe, Tür, Tür. Okay, das hatten wir alles. Das nächste Mal geht's weiter hier in der bekloppten Anstalt. Oh Gott, das ist so krank, dieses Spiel. Also im positiven Sinne krank, weil die Charaktere so genial inszeniert sind. Also wirklich alle, die wir heute gesehen haben, waren wirklich alle ziemlich geil. Und ich glaube, es gibt noch mehr. Ähm, ja. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Yay. Bei Edna bricht aus. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Tschüss.